Hier gibt's leider den dritten Teil nicht mehr, den Park. Dafür gibt's aber einen anderen, der eigentlich ficken auch ganz gut ist. Lass mich in Ruhe. Ich bin schneller. Und das will ich mir das Türchen. Okay, jetzt geht's in den Megapark. Und jetzt müssen wir hier die Rampe runter. Ja, und ich bin so ein Held, ne? Ich hab grad voll Bock auf Kartoffelpüree mit so kleinen Nürnberger Würstchen und Rahmsoße. Habe ich grad voll Bock drauf, weil ich hab das irgendwie grad riechig sowas ähnliches. Okay. Ja. Schön hinter die Tür. Da, wo man hingehört. Wo man auch nicht mehr rauskommt. Und genau. So. Durchgequetscht. Auf, auf dein Board und fahr. Fahr, 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 was das so geht. Ne. Ne, das kriegen wir nicht mehr hin. Ähm, Challenge neu starten. War eh nicht so der Burner, fand ich. Nein, Stuhl. So. Nein, Stuhl. Äh. Super tolle Sache. Gut, das kann ich aber noch wieder einholen, vor allem weil das hier so kurz am Anfang ist. So kurz nach dem Anfang. Schon mal den Rasen wieder drüber. Hier, Arsch nicht. Junge. Ihr habt auch nichts drauf. So weit bin ich ja nicht hinter dem. Das Türchen muss man nur mitnehmen, genau. So, wie blimmt ich denn nochmal? Okay, hiermit. Okay. Der war schuld, der war schuld. Der war schuld, der war schuld. Ich hab den ein bisschen abgebremst. Das ist gut. So. Nein, ich will nicht, dass er gewinnt. Das ist das letzte Fähnchen. Ach, fick dich doch, Mann. Kann doch nicht sein. Ich glaub, wir könnten diesen Park auch eigentlich komplett umfahren. Nur... Ich weiß nicht. Ja, gib doch mal Gas, hallo. Warum bin ich erster? Wollte ich schon sagen, ey. Was ist los? Scheiß Auto, ey. Von leeren Fahrern. Das gefällt mir gar nicht. Da hab ich jetzt gut Zeitgut gemacht. Gut Zeitgut gemacht, ja. Ich glaub, ich nehm jetzt die ganz rechte Rampe, weil da brauchen wir, glaub ich, nicht abbremsen. Ja. Ja. Na, jetzt überholt er mich wieder, glaub ich. Ne, ich glaub die sind gefallen oder so, alle ineinander. So wie das aussieht, wenn die jetzt auf einmal... Alter, wie viele Sekunden die nachhängen. Ich glaub die sind gefallen. Sunderschön, genau. Wunderschön. Tony Hawk verschnitt da. Weiter. Ja. Yay. Und wir haben wieder Geld bekommen. So, wir fahren mal zu irgendwas, was jetzt hier am nächsten ist. Das Tee. Wir fahren zum Tee, genau. Ich wollte eigentlich noch so einen schönen Flip am Ende machen, nur irgendwie wollte er den nicht machen. Dankeschön. Wunderbar. Ja. Ähm, ist das hier ne Sackgasse? Oh nein, das ist Slappy Skate Park. Oh, wie geil. Weck du so, Roots. Fahren wir mal nur ein bisschen rum hier. Ja. Und jetzt fahren wir wieder raus. Nur mal kurz hier gewesen. Ähm, wo müssen wir denn jetzt hin? Wenn hier ne Sackgasse ist. Wenn hier ne Sackgasse ist. Meine Nasel juckt... Ach. Oder gibt's jetzt hier ne Straße? Die da. Die möchte ich fahren. So ne Seitenstraße. Sind wir hier überhaupt richtig? Äh, geht so. Wo kommen wir denn da hin? Das ist hier alles irgendwie nicht so ganz... Entschuldigung. Das ist auch ne Sackgasse. Wenn das so ist, dann lassen wir uns da hin teleportieren. Ganz einfach. Ähm, mehm, mehm, me, meh, me, meh, 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 meh. Hey? Ha. Swisher? Ui, es geht denn wir. Ich wollte mal Karten Kaugummi nehmen, aber lieber nicht, weil, äh, ne, wisst ihr Bescheid. Wegen Knitschen und so. Wo sind wir denn hier gelandet? Das ist doch... Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Das habe ich eben nicht auf die Karte geguckt. Ah, na gut. Gut. Hey, was geht? Oh, äh, Jackie hat einen Handplant auf der Catwalk Rail gemacht, aber Slappy stand blöd im Weg und das Bild ist nichts geworden. Ernest will das Foto aber unbedingt haben, also liefere es ihm. Äh, getweeat der Handplant auf der oberen Rail. Wird, denke ich mal, kein Problem. Seht euch das Ding an. Jake will es skaten, aber du kannst es auch gern versuchen, wenn du willst. Ich krieg das mal eher hin als der Komosho und Jake da. Ach, du Arsch. Pass auf, wo du ihn fährst. Es ist angerichtet. Ich warte nur auf dich. Ich hör wieder, sei kaum. Perfekt. Wunderschön. Ich habe den auch im letzten Moment getweeckt, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich den da hinkriege. Das. Ja, ich glaube das. Das sieht scheiße aus, weil da der Arm in meinem Bein drin ist, aber das nehmen wir. Mein Hintern tut mir etwas weh. Man, weißt du, wie cool es ist, dass du bald wieder in Stressor bist? Wow, das sah nicht gut aus. Wir brauchen hier mal Hilfe! Ähm. Wo ist denn hier was als nächstes? Da unten. Da unten. Schön ist aber, wir haben bisher alle Sachen gekillt. Nur wir irgendwie... haben wir, glaube ich, noch nicht alle. Oh, cool. Das müssen wir auch noch irgendwann mal machen. Hm. Gut. Würde ich sagen, machen wir das letzte Rennen. Dann haben wir das hinter uns. Und dann können wir uns auf die... Können wir uns auf die anderen Sachen konzentrieren. Hä, das ist doch nicht das letzte Rennen. Ja, was geht. An deiner Stelle würde ich mich jetzt ab und zu mal umdrehen. Fick dich. Okay, das letzte K.O.T.M-Rennen. Das heftigste aller heftigen Rennen. In Überschalltempo. Von oben nach unten. Direkt nach Low-Res rein. Zum Sieg braucht... braucht ihr drei Dinge. Tempo, Mumm und einen erneut versuchen-Button. Ha, 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 ha. Und wir brauchen wieder 10.000 Dollar. Hörs. Bis...